Ich bin unschuldig. Und der Pfarrer schaut Sonntag für Sonntag in der Himmel. Was es da oben wohl zu sehen gibt. Ja, sie meinte, wir sollen Sterne zählen und ein Satellit blinkte vorüber. Mutter, ich gestehe, ich verrate es dir, ich will nicht Maler, sondern Priester werden. Komisch. Nun, Rick, ich bin nicht nur ein Sentimentalist, aber du bist ein Patriot. Ich bin wirklich ein guter Tag in diesem Zeitpunkt. Ich denke, vielleicht bist du richtig. Man hält sich über Wasser mit so Verlockern. Lose Wobbeln. So ist die Welt. Eine einzige Katastrophe und ich bin ihr Opfer. Hier ist es Maria. Zurückschieben. Genau. Aber Wolling. Maria. Maria. Sie hat dich benutzt. Verdammte Hure. Es sind die Maulwürfer. Die bedrängen ihn. Sie nagen an seiner Jugend. Die sind hinter seiner Jugend her. Isst endlich, damit du groß und stark wirst. Andere hungern. Ich, Papst, übernehme. Ich bin nicht krank. Ich musste es tun. Es hat mir Gott befohlen. Notwehr. Ich bin unschuldig. Ich bin nicht knack. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020